Hallo zusammen, ich habe hier Nissan umgebaut zum Wohnmobil, oben mit Dachzelt von Horn. Hier die Küche, die kann man ein- und ausfahren. Und auf der Seite sehen wir die Kühlbox PY45PX. Das Kabel ist direkt angemacht hinten. So wäre dann die Box drin. Hier oben zeige ich euch die Box im Detail. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.